Ich bin der Bergrettungschef für Badgastein und meine Aufgabe ist eigentlich, ich hole die Leute, die nicht mehr heim finden. Ich gehe dorthin, wo die Leute nicht mehr weiter können. Die Bergrettung in Österreich ist ehrenamtlich. Wir werden auf für uns strategisch wichtige Punkte Mannschaften stationiert haben und wir werden im Vorfeld schon, gerade in der Vorjahr, unsere Leute dorthin bringen, die einfach da in Position warten werden. Wenn was passiert, sind wir da. Also wir möchten euch wirklich in Gastein so herzlich begrüßen wie noch was, aber eins ist einmal ganz klar, an dem Wochenende wollen wir keine Arbeit haben. Wir wollen wirklich nur sehen, dass ihr Spaß habt und wir Spaß haben und dass das eine geile Sache wird.